Europa-Weg, die Grächer zermatt. Jetzt gehen wir zuerst durch Europa heute. 6 Stunden 10. Wunderschön! Jucha! Das ist ein wunderschöner Weg. Die grossen Ansteige kommen noch. Bis jetzt konnte ich viel joggen, weil es flach war oder durchgegangen ist. Sonst wird sich noch ändern. Das ist ein wunderschöner Wolf. Hier, ein Gans. Das ist ein wunderschöner Weg. Also überlebt bis da. Das ist ein Wunderschöner Weg. Ja! Ja! Endlich wieder mal ein Weg. Ich kann mich nicht auf dem Seil halten. Wegen der Kamera. Ich muss Prioritäten setzen. Wow! Wow! Zuerst eine harmlose Brücke. Dann lasse ich mich drauf. Hei, hei, hei. Musik Ah, shit. Die Polis gerutscht. 6 Stunden 20, 4 Stunden. Das ist nicht schlecht. Aber ich wurde langsamer. Mein Herzisch ist gut. Das ist ein Tor, der Scheibnachbrücher. Ich habe mich darauf direkt, Denn die Brücke auf den Weg zurückgeht. Das ist학stisch. Das ist zu viel Zeit. Das ist wahr, das ist das Schuss. Die Brücke auf den Weg gehen. Gernotig ist nicht neu, Stolper auf den Boden Das hekelste Stück war hier Und jetzt ein bisschen duschen Das gibt es ja nicht Und es hört nicht auf Jetzt geht Eis Jetzt geht es in die Alpen Jetzt geht es hoch Das Arge ist, dass so viel ausgesetzt ist Es hat sehr viele Seile Daran muss ich sagen Okay Auch in Europa Sogar? Ja, ja Nehmt ihr das? Ja, ja Besser daran, das ganze Krächer Ja 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.